Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Wiedervereinigung des Trupps anzunehmen bei Katvik. Baxton in Nazmir an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Darf nun vier NPCs retten. Die befinden sich alle ziemlich nah beisammen. Deshalb werde ich jetzt nicht bei jedem die Map aufmachen. Beziehungsweise bei keinem. Von hier aus sieht man schon den nächsten. Ich laufe hin und klicke diesen Zettrack Käfig mit der rechten Maustaste an. Allerdings, nachdem ich die Mobsie getötet habe, anscheinend spawnen die gerade nach. Waren wohl zuerst von jemand anderem getötet worden. Von diesem Käfig aus sieht man auch schon den Nächsten. Und den letzten auch. Je nach Reihenfolge, wie er sie macht. Entweder ist das der letzte oder der andere, der letzte. Völlig egal. Hier ist es. Nun geht's zur Quest Abgabe. Quest ist abzugeben bei Katvik Baxton in Nazmir an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao.